Männer sind Frauen, manche sind auch non-binär, sie haben tausend Pronomen. Mein Name ist Nikolai Binner. Seit Jahren versucht man mich zu canceln, wegen meiner Comedy. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolgen. Aber ich bin ein hartnäckiger Bastard und seien wir ehrlich, irgendwie auch ein Psychopath. Meine Mission ist es, echte Comedy gesellschaftsfähig zu machen, eine geile Karriere aufzubauen, meine Kindheitsträume zu verwirklichen. Ach und ja, die Welt will ich auch verbessern. Alter, das muss doch irgendwie machbar sein. Wozu schnallt man sich eigentlich im Flugzeug an? Wenn du jetzt einen Autounfall hast, okay, du fliegst nicht durch die Windschutzscheibe, aber wenn das Flugzeug abstürzt, dann fliegst du auch nicht durch die Windschutzscheibe. Sehe ich jetzt auch nicht so den krassen Vorteil, darin angeschnallt zu sterben, sondern es ist halt einfach nur so ein bisschen weniger komfortabel, während du stirbst. Ja, du kriegst vor allem auch eine Schwimmweste anstatt einen Fallschirm. Ja, stimmt, das macht her. Stimmt. Das ist eine geniale Beobachtung. Warum kriegt man eigentlich eine Schwimmweste und keinen Fallschirm? Du zerschellst auf dem Boden so und da liegt so 80 Kilo Gulaschsuppe mit dieser Schwimmweste. Und dann geht die Schwimmweste auch so. Genau, du liegst unter so einer Fütze und diese Schwimmweste so. Die ist wahrscheinlich auch noch aus Papier, weil Umwelt und so. Wie so ein Papier, eine Schwimmweste aus Papier, Alter. Stimmt, du kriegst eine Schwimmweste und keinen Fallschirm. So richtig next level, dem unüberlegt. Es wäre so viel schlauer, zu sagen, okay, wenn das Flugzeug abstürzt, alles klar, wir öffnen die Türen, springt alle raus, zieht den Fallschirm. Ich meine, wenn du über dem Ozean bist, bist du sowieso gefickt. Ja gut, aber du kannst ja, aber du überlebst auch nicht den Aufprall. Naja, aber du kannst doch trotzdem in den Fallschirm auch noch eine Schwimmweste integrieren. In den Rucksack, in den Rucksack. Ja, ja, du machst einfach noch in den Rucksack eine Schwimmweste rein. Schlauchboot vorausschmeißen und hinterher fliegen. So eine richtige Navy-Seal-Exneider. Ja, deswegen so 20 Euro Billigflug und kriegst du so einen Haken, so wie bei der Bundeswehr, sobald du rausspringst, das ist der Rucksack, dass der Fallschirmautomat sich aufgeht. Jedes Mal, wenn die sagen, so okay, wir haben Turbulenzen, wir versuchen einfach gar nicht zu landen, sondern es wird halt echt einfach immer mit dem Fallschirm dann ausgestiegen. Entschuldigung, kann ich hier raus? Wir fliegen gerade über Mailand, die befällt gerade an. Wenn ich spritze, holen Kinder ihren Schlitten. Ich hol mir einen Runder auf den Indern ihre Titten. Wo war der Schleudersitz noch? Hier, Digga. Es wäre aber auch richtig geil, wenn ich so einen Schleudersitz hätte, aber so ohne Fallschirm. So, du drückst den... Mit Schwimmwesten. Schleudersitz mit Schwimmwesten. Schleudersitz mit Schwimmwesten. Boah, das ist herrlich. Ich bin da kulturell, bin ich offen da. Ich esse auch manchmal beim Indern so einen Schicken-Marschallah. Die Würze schmecken macht zwar nicht, also die benutzen mehr als einen Pfeffer, denn manchmal ist er echt verwirrt. Zum Schicken-Marschallah. Zum Hieressen oder zum Mitnehmen? Zum Mitessen. Zum Mitessen. Zum Mitessen. Wir sprechen heute alles so. Sind hier alles Locals, heute hier? Und ihr seid zusammen? Ja. Cool. Habt ihr gehört, wie er kurz so... Jopp. Bruder, wenn du in Schwierigkeiten bist, blinzel, okay? Ich glaube echt so, die größten Sachen, die die Menschheit hervorgebracht hat, äh, 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 Männer hervor... Pst! Äh, 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 äh. Ich klang grad fast wie einer aus Jena, wa? Ja, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Kennt ihr so normale Menschen, so normal-normale Menschen? Nee, gar keiner hier, ne? Oh, gut. Alles nur Team Telegram hier, alles klar. Alle, sobald sie wieder zu Hause sind, am Rechner, äh, Klaus Schwab ist eine Roboter-Eidechse. Was machst du im Beruf, wenn ich fragen darf? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Zu kompliziert. Zu kompliziert? Easy. Sag's in einem Wort. Was ist die Bezeichnung deines Berufs? Äh, 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 Wirtschaftsdetektiv. Wie bitte? Wirtschaftsdetektiv. Wirtschaftsdetektiv? Oh, 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 oh. Ich wusste, dass das Finanzamt irgendwo so einen einschläust, Alter. Wie bitte? Wie bitte? Die Präsentaten über die Zahlungsfähigkeit von Unternehmern aus. Sie hat gerade reagiert, als hätte er erzählt, dass er seine Schwester verprügelt oder so. Dieses Schwein macht was? Also du bist quasi so wie Standards & Poor, ein bisschen wie so eine Ratingagentur, oder? Nur im Kleiner. Richtig. Hey, guck mal, hab ich doch ganz schlau erfasst, oder? Oder hast du gerade einfach nur richtig gesagt, damit ich meinen Maul halte? Richtig, sehr egal. Wo hast du das erfasst? Ich hab schon, als ich euch hier gehört hab, ich wusste, dass das ein geiler Abend wird. Ihr habt irgendwie die richtige... Ihr habt die Energy, habt ihr. Geil, ne, wirklich. Gibt's hier Leute, die länger als vier Stunden Anfahrt hatten? Ne, ihr hattet fünf Stunden. Länger als fünf Stunden? Da hinten, oh mein Gott. Von wo seid ihr gekommen? Aus Bayern. Aus Bayern? Warum? Ich war doch vor drei Monaten oder zwei Monaten erst in München. Da war ich ab. Da warst du auch? Rufi. 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 Mit wem bist du heute hier? Ah, ist das dein Freund? Na toll. Gibt's handwerklich begabte Menschen heute hier? Ja, du, was machst du? Chemikant. Chemikant? Was ist Chemikant? Ja, also quasi ein Chemielaborant im großen Stil. Oha, okay. Hast du in so einem Trailerpark so ein Labor? Oder? Kann aber auch so gut mit Holz arbeiten. Das ist klar. Okay. Also ich stelle zwar Meth her, aber ich kann auch gut mit Holz arbeiten. Okay. Die Daten bauen. Du, 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 wirklich? Richtiges Haus? Okay. YouTube. Das respektiere ich so. Du hast, du hast bei YouTube gelernt, wie man ein Haus baut? Ja. Bruder, du bist eine Legende, Alter. Das kann jeder. Das kann jeder. Nee. Nee, das kann nicht jeder. Also für mich ist es ein absolutes Rätsel, wie man einfach auf so einen leeren Schotterhaufen guckt oder auf eine Wiese und sich denkt, gut, ich fang dann mal an. Berlin hätte ich auch nicht gemacht. Hä? Ja, in Berlin auch nicht. Warum, warum nicht in Berlin? Wegen den Leuten. Wegen den Leuten. Okay, danke. Wo hast du dein Haus gebaut? Richtung, also in Thüringen. Thüringen. Richtung Thüringen. Sind wir nicht gerade in Thüringen, Alter? Richtung da, wo wir gerade sind. Warte mal beim Chiropraktiker. Ich finde, Chiropraktiker sind immer die geilsten. Ja, das kann jetzt kurz knacken. Das ist gemein so. Alter, ist hier ein Hund? Ist der in dem Gebäude? Ey, das ist der krasseste Hund, der einfach so eine gesamte Comedy-Show durchhält, ohne einmal zu lachen. Das ist unglaublich. Oh, guck mal, wie süß. Guck mal, wie er auch einfach so diesen Hitler-Gruß gerade macht. Alter, das ist wirklich geil. Alle so, ja, du bist ein Feini. Reihe 3 ist auch noch einer. Reihe 3 ist auch noch einer? Ja, der ist noch braver. Der ist noch braver? Ja, stimmt. Von dem habe ich auch noch gar nichts gehört. Und was ist das für einer? Hamster. Hamster. Hamster, ah. Ein schwarzer. Das beantwortet die Frage. Der ist schwarz, mehr muss denn er rissen. Aber was ist das? Was ist das für eine Rasse? Wischling. Wischling. Ich weiß nicht, was mich gerade mehr stört. Deine Antwort oder wie du geantwortet hast. Also es klingt so, als würdest du im Gefängnis arbeiten. So als, äh... Mischling. Der Kollege da im Zellenblock 3, Schnauze halten. Krankenhaus. Krankenhaus, wirklich? Ah, okay, dann kann ich es verstehen. Du bist Krankenschwester? Mhm. Hier in Jena? Ja. Okay. Was ist so die häufigste Sache, mit der Leute so ins Krankenhaus kommen hier? Corona. Nee. Corona? Schon damals nicht, oder? Nee, aber was ist so das häufigste, mit dem die Leute so auf die intensiv kommen? Also, also... Mir geht es gerade, was witzig ist, aber... Was ist das witzigste, mit dem die Leute sterben? Krebsch. Nee, nee. Okay, aber nee, so ungefähr statistisch gesehen. Das weiß ich nicht. Weißt du gar nicht? Das ist ja jeder in seiner Fachrichtung. Jeder in seiner... Was ist deine Fachrichtung? Infektion. Infektiologie. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir es wieder. Oh. Können wir dieses scheiß Corona-Thema jetzt vermeiden, oder müssen wir da... Da kommen wir da jetzt nicht mehr drauf rum. Infektiologie. Okay, das heißt, du musst ja dann eigentlich... Du warst ja am vordersten Front irgendwie so damals, oder? Und war... Und hatten wir eine Pandemie, oder nicht? Das ist mein Oberarzt, und ich kann einfach nicht... Echt jetzt? Ja. Okay, aber wusstest du, dass er hier ist, oder Zufall? Ja, wir kennen uns. Ah, ihr kennt euch, okay. Hier ist auch noch der Arzt. Okay, und Herr Oberarzt? Gab es jetzt eine Pandemie, oder nicht? Ich habe auch gesagt, oh! Mein Problem ist, ich gucke einfach nur in die Richtung, als würde ich wissen, wer es ist, aber ich weiß es nicht mal. Ich gucke einfach nur aus. Ich hoffe einfach nur, dass er sich angesprochen fühlt, aber... Keine Ahnung, wer von den Typen jetzt hier der Oberarzt ist. Na gut, betretenes Schweigen, alles klar. Okay, gab eine Pandemie, oder? War schon schlimm, oder? Das war schon echt ein... Neues Thema. Okay, Leute, ich habe heute alles gespielt, was ich heute spielen wollte. Jetzt ist auch eine Fragerunde. Habt ihr Fragen? Das ist Aliens. Gibt es Aliens? Gibt es Aliens? Ich würde schon sagen, ja. Ich glaube schon, dass es Aliens gibt. Ich weiß nur nicht, ob die so aussehen, wie wir uns die vorstellen. So mit so grünen Dingern und irgendwie so einem Klaus-Schwarz-Gesicht, aber irgendwie, auf jeden Fall, es gibt Aliens, ja. Und auch, ich glaube, es gibt auch Zombies. Da bin ich sogar noch mehr davon überzeugt, als von Aliens, weil ganz ehrlich, ich steige mal in Berlin in eine S-Bahn, Digga. Ob ich alleine heute bin? Das kommt drauf an, wer gerade gefragt hat. Wer hat gefragt? Du? Ne. Okay. Keiner will ich gewesen sein. Jetzt will es wieder keiner gewesen sein, ja. Aber bei der ganzen Decke sage ich eh schon mal, nein, 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 nein. Nein, 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 nicht persönlich nämlich, ihr seid einfach nur die falsche Generation, also ihr seid einmal eine anderen Generation. Ihr seid einfach nur eine andere Generation in die falsche Richtung. Nein, nein, ihr seid wunderschön. Für euer Alter seid ihr Topmodels, aber Ehm... Also einfach, du musst eigentlich einfach nur... Du musst ähm... Ich weiß nicht gerade, wie funktioniert die Technik? Du musst räuspern und dann ziehst du deinen Räuspern einfach nur so... Bitte wählt mich die Grünen... Also räuspern einfach ziehen. Mach mehr Witzen! Hä? Mach mehr von den Grünwitzen! Digga, nein, Mann. Nein, Mann, die Grünwitze sind durch. Die sind auch langweilig geworden, Digga. Das ist doch viel zu einfach so. Vor allem macht das gar nicht so viel Spaß vor Leuten, die sowieso die Grünen scheiße finden, Grünwitze zu machen. Weil, weißt du... Vor euch müsste ich Kinderf***witze zum Laufen bringen. Das würde mir mehr Spaß machen. Weil das wäre Arbeit. Ja, Leute. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir holen mal frische Luft. Geil, dass ihr da wart. Und jetzt macht erstmal Lärm für euch selbst, dass ihr heute mal rausgekommen seid. Danke. Na dann, schönen Abend auch. Echt, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Wie kommt ihr denn jetzt nach Hause? Danke. Auto Berlin. Jetzt. Warum? Weil ich morgen einen Termin habe. In Berlin. Auf dem Amt? Auf dem Amt? Auf dem Amt? Nö. So schlecht war es ja nicht. Ich bin zwar, ich bin zwar noch net Felix Lobrecht, aber ich bin jetzt auch nicht er. Nee, ich weiß nicht. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. 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 Bruder, hast du dich jetzt seit drei Stunden aufgehoben? What the fuck? Das kann ich jetzt sagen. Warum nicht mit? What the fuck? Bruder, was? 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 Was ist denn los? Luft holen? Bruder, du bist ja ein Röpfchen der Schlingel. Noch einmal uns vom großen Turm verabschieden. Da war die Show. Es war sehr schön. Danke Jena. Das ist echt ein krasses Talent, was der Kollege hier ausgefuckt hat. Alter. Nächste Stand-Up-Show so. Okay Olli, du hast ein wunderbares neues Lied geschöpft. Sing es doch nochmal bitte vor für meine Fans. Männer sind Frauen. Manche sind auch nun binär. Sie haben tausend Pronomen. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Zu Ende Riten muss ich noch. Das macht dieses Dating-Game auch immer schwerer so. So ein Pronomen? Nein, generell dieses Tanzen-Ding so. Wenn du in den Club gehst, du musst erst mal so EKG machen, so Eierkontrollgriff. Sie haben tausend Pronomen. Das passt so gut, das ist krass, Alter. Vor allem, dass die Originalversum von Die Ärzte kommt. Und da könntest du irgendwie direkt so einen Remix machen. Dann kommt direkt als nächstes von Herbert Gröne mal dieses und es ein Mann, ein Mann. Ich hab ihn auch nie, auch als Kind, ich hab ihn nie verstanden. Und es ein Mann, ein kombinärer Mann. Männer haben Muschis. Männer haben Muschis. Männer sind manchmal halt Frau. Und es haben ihre Periode. Scheiße. Männer haben ihre Periode. Männer ziehen Strümpfe an. Männer haben Netzstrümpfhosen. Männer ziehen High Heels an. Und Männer werden manchmal feucht. Männer klappen die Brille hoch. Und setzen sich manchmal hin. Und trinken Latte Macchiato. Macchi Macchi. Cappuccino. Cappuccino. Und Notchi. Und das nur, weil ich ein non-binäres Mädchen bin. Weil ich ein non-binäres Mädchen bin. Weil ich ein non-binäres Mädchen bin. Ich wollte genau das eigentlich. Wie hieß das Lied? Weil ich ein Mädchen war. 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 Keine Widerrede, Mann. Ich komm ja sowieso nicht klar, weil ich ein Mädchen war. Ich hab seit vorgestern einen Penis und der ist mir ein bisschen groß. Mein neuer Name ist ja Tenis. An die Eier muss ich mich erst noch gewöhnen. Syrer sind Deutsche. Sie sehen einfach nur nicht so aus. Sie sind die besten Fachkräfte. Ich hab noch ein paar andere in petto, die wir alle aufgeschrieben. Was hast du noch so am Start? No gender, no crime. No gender, no crime. No gender, no crime. No gender, no crime. Wir gendern, 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 gendern. I wanna gender with you. Oh, hier ist der Mac schon. Wo ist denn das Toilettenfenster? Wo ist das Toilettenfenster? Ach, Walla die Waldfee. Jetzt erstmal schön pissen. Ich geh mir jetzt noch eines von seinen Curly Phrases. Wie ahnungslos er da steht und pisst, während ich seine Curly Fries mir gönne. Ahnungslos? Hast du gerade echt gesagt? Wie ahnungslos er da steht. Er ist vollkommen anungslos. Das sind die neuen Transgender, die machen doch nicht der Anus weg. Statt die Eier. Er ist vollkommen anungslos. Du kennst auf jeden Fall Santana Maria. Ja. Machst halt Scharia, Scharia. Scharia, Scharia. Weißt du hier überall nur Moslems? Ich hör nur noch überall Walla. Alle Frauen tragen Kopftücher. Scharia, Scharia. Äh, wisst ihr was Äthiopien an Weihnachten essen? Nee. Nichts? Ich hab das Hellmetal ausgeleitet. Haben wir ne Kolben. Haben wir ne Kolben? Haben wir ne Kolben! Ach, halalalalalon. Kenn die Belgier Witze? Belgier sind die Kinderschänner, wegen Mark Dietro. Weiß der Unterschied zwischen dem belgischen Kind und der Kartoffel? Kartoffel ist erst unter der Erde und dann im Keller. Die Pralkühle kommt nicht von selber. Fettiges Brot, fettiges Fleisch. Fettiges Brot, fettiges Fleisch. Fettiges Brot, fettiges Fleisch. Gab es auch mal diese Songverhörer? Es gab in dem Sinne diese englischen Texte, die aber in der Aussprache so komisch waren, dass auch deutsche Sachen ... Deliverance, wie hieß das nochmal? Da sagt er auch, hau auf die Leberwurst. Hau auf die Leberwurst. Da fettiges so vor Freude, Alter. Hau auf die Leberwurst. Hau auf die Leberwurst. Hau auf die Leberwurst. Hau auf die Leberwurst. Ah ha ha! Echt Aardaya! Fuck! Wie heißt das? Zombie von Zahnbe, Zahnbe. Zahnbe, Zahnbe. Der hat mir neulich so ein geiles Video gezeigt mit den Hitler-UFOs. Unglaubliche Zeugen haben unglaubwürdige Fakten geliefert, angeblich von fliegenden Untertanen. Sind es außerirdische Sexgeräte oder optische Enttäuschungen? Oder gibt es einen noch? Am häufigsten werden scheidenförmige Fak-Objekte, trockförmige Bissfahrzeuge oder dreieckige Vierecke gesehen. Viele Menschen glauben, dass viele Menschen glauben. Kommt mal eine sehr fernen Daumen, TV Blair Sound. TV Blair Sound. Heute aus dem Watsch mit einem Fan. Erstmal, wie geht's dir nach dem letzten Interview? Ja, weißt du, ich schäme mich und so, ich will dir das nicht gleich sagen. Ist irgendwas passiert? Wo ich sieben, acht Jahre alt war. Da war ich Zirke. Lachen 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 Da kriegt man vergleichbar keine Kamera. Ich benutze sie wirklich für alles. Ich benutze sie zum Vloggen. Ich benutze sie, um meine Shows abzufilmen. Ich benutze sie jetzt gerade hier im Studio. Also man kann sie wirklich in jeder Situation einsetzen. Nein, ich werde nicht von Panasonic gesponsert oder bezahlt. Schön wär's. Panasonic, wenn ihr einen Sponsordeal mit mir haben wollt, meldet euch. Und wo habe ich die gekauft? Ich habe die gekauft bei Foto Mundus. Foto Mundus kann ich euch einfach empfehlen. Ist ein saustarker Händler. Und auch nein, Foto Mundus hat mich auch nicht dafür bezahlt, das zu sagen. Also ja, jetzt wisst ihr, wo ich meine Kamera her habe und was ich benutze. Also wenn ihr übrigens mehr Infos darüber haben wollt, generell so, hey, wie schaffe ich das, dass meine Videos aussehen? Und wenn ihr wollt, dass ich ein bisschen näher so in die Materie einsteige in Bezug auf Ton, Video, Belichtung, wie schreibe ich meine YouTube-Videos, wie skripte ich die, bla bla bla. Wenn euch das interessiert, kann ich da gerne nochmal ein designiertes Video dazu machen. Wenn euch das interessiert, schreibt das einfach mal in die Kommentare. Und wenn ich das Gefühl habe, da sind ein paar Leute, die das interessiert, dann gehe ich da gerne nochmal näher drauf ein, wie man insgesamt so eine Bildkomposition hinkriegt, wie mein Studio so allgemein aussieht. Und ja, ach und übrigens noch was, wenn du meinen Kanal feierst und das, was ich mache, dann abonniere doch saugern meinen Kanal oder werde sogar Kanalmitglied, dann kannst du das unterstützen, was ich hier mache. Ja, das war's auch schon. Danke.